Guten Morgen alle zusammen, ich bin heute hier am Toblacher See, mitten im Dolomiten-Gebiet und zur Einordnung ungefähr dort hinten, also in diese Richtung, ist dann der Praxer Wildsee. In diese Richtung fährst du dann über die Landstraße Richtung tieferes Dolomiten-Gebiet, also Richtung Drei Zinnen, Lago de Miserina. Und der Toblacher See liegt so ein bisschen zwischendrin und hat den Vorteil, dass er relativ einfach zu erreichen ist, bei weitem nicht so überrannt ist wie alle anderen Seen, zumindest viel weniger überrannt und viel weniger besucht als der Praxer Wildsee. Und ich bin heute Morgen hier ganz allein, um natürlich zu fotografieren, um zu filmen, um dir mal hier kurz zu zeigen, wie die Gegend aussieht. Ich mag den See sehr, weil er so ein bisschen unterbewertet ist. Klar, nicht zum Vergleich, der Praxer Wildsee, das kann man jetzt nicht vergleichen, der Praxer Wildsee ist natürlich ganz anders und verwünschender und ein bisschen zauberhafter einfach, wie er aussieht. Aber der Toblacher See hat auch einiges zu bieten, weil du hier viele Wildvögel hast. Die kannst du hier total entspannt fotografieren. Du kannst es gerade nicht sehen, aber neben mir hier sind ganz viele Enten und auch ganz viele Schwäne hier weiter vorn und die lassen sich super einfach fotografieren. Okay, warum bin ich heute hier? Weil ich hier hinter mir dieses Bergpanorama fotografieren wollte, was jetzt gerade in den Wolken hängt. Deswegen habe ich jetzt Zeit, gerade eben einen Film zu drehen, kurz. Dieses Bergpanorama hinten wollte ich gerne heute Morgen zum Sonnenaufgang, wenn die Sonne reinkommen. So ein bisschen so ein Kiss of Light in die Spitzen hineinbringt, noch fotografieren. Das ist mir nicht ganz gelungen heute Morgen. Es zog dann doch recht schneller zu als gedacht, wobei es jetzt so bewölkt nicht gemeldet war. Aber hier am Morgen kannst du auf jeden Fall ganz entspannt dein Stativ aufbauen und dich einfach hinsetzen, den Morgen genießen, um hier zu fotografieren. Wenn du hier bist, brauchst du idealerweise von den Brennweiten her irgendwie ein 24-105 oder ein 70-200mm Objektiv, weil im Weitwinkel kannst du zwar viel vom See zeigen, aber besser ist es doch, wenn du das Bergpanorama, wie ich hier fotografieren möchte, etwas mehr Komprimierung ins Bild hineinbringst. Und genau das war heute Morgen auch mein Sinn oder meine Idee zum Bild, dass ich mich quasi in den Vordergrund stelle und durch eine Komprimierung im Bild die Berge, die hier hinten schon ein bisschen weiter weg sind, näher ranholen kann an den See. Und durch den Look etwas mehr alles zusammenbringen kann, also See, Mensch und Berge und das ist mit 70-200mm deutlich besser, also mit dem Objektiv 70-200mm deutlich besser umsetzbar als mit dem 24-105mm, was ich hier habe. Es geht, klar, 100mm, das ist schon eine gute Komprimierung im Bild, aber nicht vergleichbar mit einem Tele, was 70-20mm hat. Jetzt stellt sich ein bisschen die Frage, warum ich es nicht dabei habe. Ich habe es dabei, ich habe allerdings meinen Adapter vergessen, weil ich das Objektiv nur für die Canon habe und den RF-EF Adapter, der liegt leider zu Hause an meinem schönen 35mm Objektiv dran. Und da liegt er gut, nützt mir nichts hier, ich habe auch keinen anderen Adapter hier bekommen, geschweige denn ein anderes Objektiv. Demzufolge musste ich jetzt das 24-105mm benutzen und ja, es ist okay, ich bin halb zufrieden mit dem Bildergebnis, aber viel wichtiger ist es, heute Morgen hier zu sein, ein bisschen zu entspannen, zu relaxen und auch die Zeit und ein bisschen auch das Ambiente zu genießen, weil es einfach sehr, sehr schön ist. Also Toblacher See, kann ich unbedingt empfehlen, ist natürlich geeignet auch für Familien mit Kind, mit Hund, weil du ja relativ flach auch ringsherum laufen kannst. Also der Rundwanderweg ist gar nicht so groß, geht und ich sage mal für so eine entspannte Vormittags- oder Nachmittagsrunde ist das schon wirklich ideal, bietet sich sehr an. Bisschen laut im Hintergrund mit der Autobahn, die du gerade hier die ganze Zeit hörst. Aber ansonsten ein sehr, sehr schöner See und lohnt sich für Kurzausschlüge. Du kannst ja auch mit dem Tretboot fahren, dir ein Eis kaufen fahren, sogar hier vorne, glaube ich, übernachten oder kampieren. Also bietet eine ganze, ganze Menge. Wenn du mal hier bist, wünsche ich dir viel Spaß hier im Dolomiten-Gebiet und dann würde ich sagen, wenn dir das gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben hier, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020